Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation. In der letzten Folge haben wir die Räumlichkeiten hier abgesucht und haben einen sehr wertvollen Gegenstand gefunden, also in meinen Augen. Wie hieß er denn nochmal? Bolzen? Ne, nicht Bolzen. Irgendwie so Bolzenöffner oder irgendwie sowas. Ionen. Ne, einen Ionenschneider brauchen wir noch. Genau. Wie es jetzt weitergehen wird, sehen wir jetzt hier. In Alien Isolation. Ich bin jetzt extra ein bisschen ruhiger. Kommentiere so viel wie möglich und so viel wie nötig. Wie heißt das? Okay, ab bis hierhin habe ich nicht gespielt. Ab hier ist wieder alles blind, also, ne? Ganz ruhig. Okay, okay. Weißt du was? Mein Name ist Ripley. Woher kommen Sie, Ripley? Von einem Schiff. Hier gibt es keine Schiffe. Jetzt schon. Prima. Große Klasse. Hier läuft's nämlich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gebet. Ich hab's gesehen. Meine Liebe. Das ist das geringste unserer Probleme. Ja? Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay. Okay. Wie heißen Sie? Axel. Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum? Weil Sie sich ja auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ich muss zur Kommtzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Heute ist Ihr Glückstag. Na los, Süße. Sexton Communications befindet sich im Sistectorm. Das ist ein ganz schönes Stück, aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Aber vorsichtig. Wir lauern so einige Gefahren. Okay? Axel. Ich begrüße dich, Axel. Darf ich dich mal angucken? Okay. Mhm. Na los. Ich will nicht lange hier rumhängen. Diese Schuhe scheinen in zu sein, oder? Okay. Ihr wisst ja. Wir müssen jetzt weiter. Und die Tür ist offen. Puh. Was erwartet uns? Wow. Ein nächster Raum. Verfolgt er mich jetzt? Sind Sie mir da hinten gefolgt? Ich musste Abstand halten. Man kann hier nichts riskieren. Der hat mir so Angst eingejagt. Der Sack. Da scheint jemand zu... noch zu leben. Erstmal gucken wir mal da hin. Da ist was. Verdammt ist es hier dunkel. Neugierig. Was? Ja. Ist mal an die... Da ist auch was. Man sieht es hier... Man geduckt läuft. Sieht man hier ein bisschen was. Gut. Dann gehen wir mal hier hinten weiter. Bleiben Sie bei mir. Was? Hey. Keine Bewegung. Oh. Okay. Okay. Wir wollen keinen Ärger. Wer sind Sie? Ich bin Sean. Das ist Ringo. Das sind nur ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Komm schon, Jenna. Wir wollen zur Kommunikationszentrale. Können Sie uns helfen? Wir brauchen deren Hilfe nicht. Verrate Ihnen nichts. Der Aufzug funktioniert wieder. Jenna? Na los, okay? Es... Es tut mir leid. Viel Glück. Seid vorsichtig da vorne. Ich hab da Geräusche gehört. Was zur Hölle sollte das denn? Warum waren Sie so übel aggressiv? Alle haben scheiß Angst und gehen sich darum eben aus dem Weg. Ist sicherer. Super. Und jetzt fahren die mit dem Aufzug weg. Ganz große Klasse. Strom wieder herstellen. Kann es vielleicht sein, dass das... Ähm... Trakt... Strom in den Trakten ausgefallen ist. Nach und nach. Oh cool. Was ist denn das für ein Bild? So die schwarzhaarige da. Die erinnert mich an eine Schauspielerin. Okay. Schon wieder so ein komisches Auto. Gepäck umgefallen. Ja, ja. X bedeutet wahrscheinlich... Das war wohl nichts. Einmal Legende. Das war ein Ausgang. Warte, wo ist der Ausgang? Ist der hier? Okay, ja, ja. Hier ist der mit. Da muss er einen Strom herstellen. Was machen wir dann mal? Ich hoffe, Ihr Schiff gibt es wirklich. Na klar. Was denkst du denn? Soll ich sonst hierher gekommen sein? Ich hätte ihn auch voll verarschen können, weißt du? Ja, und jetzt speichern wir nochmal. Wir wissen ja nie, was hier abgeht auf dem Schiff. Und wir können... Wir müssen es sowieso immer speichern. So viel wie möglich. Ja, und jetzt geht es weiter. Lassen Sie mich den Fahrstuhl rufen. Alles klar. Gestatten Sie? Die Station ist alt und eigenwillig. Ach, das sind alles Aufzüge. Warum sind da... Warum sind da... Worauf warten Sie? Drücken Sie den Knopf. Was ist, wenn ich den Knopf nicht drücken will? Hm? Was ist dann? Ich kann warten. Ich kann warten. Genau, die... Die erinnert mich von... Ähm... Wie heißt denn die? Nee, sie... Doch, sie ist ein Miami. Erinnert die mich ein bisschen. Die Frau. Die, die, die... Die eine... Schwarzhaarige, die immer so Gothic-like ist, so. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Ist auch schon inzwischen so... Um die 40 rum. Aber trotzdem voll... Hübsch eigentlich. Finde ich. Loll. Ich hab Angst. Ich hab ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein. Was anderes. Ein Monster. Oh shit. Oh fuck. Äh... Kann ich nochmal... Ey, ich... Ich geh jetzt, ne, wieder. Ich... Ich will ja nicht hin. Also... Oder? Was, wenn ich jetzt nochmal drücken würde? Komm, wir gehen einfach mal raus. Du gehst vor. Du hast die Waffe. Du gehst vor. Da ist ein... Leuchtfackel. Es leckt manchmal ein bisschen, aber es liegt nicht an mir, sondern die Nachladeruckler. Da ist jetzt noch jemand. Ah, geh doch weiter. Alex. Axel. Genau, Axel. Oh shit, die sind bewaffnet. Für eine Hilfe schicken. Ärger. Wir müssen an denen vorbei. Folgen Sie mir. Folgen Sie Axel in die Schächter. Ich will aber mit dem nicht ins Rohr steigen. Es kommt mir vor, als stünden wir nur rum und warten auf den Tod. Oh shit, die stehen ja wirklich noch. Okay, wir riskieren lieber nichts. Wir gehen dann lieber hinterher. Ich weiß ja nicht, was passiert. Freunde von Ihnen? Ich bin denen schon mal über den Weg gelaufen. Die mögen keine Fremden. Nicht mal nette Typen wie mich. Ich bin schockiert. Ich ziehe Sie nicht auf Herzchen. Wenn Sie sich bemerkbar machen wollen, bitte ist Ihre Beerdigung. Die Waffen sind nicht zum Spielen da. Jemand muss etwas unternehmen. Das machen Sie. Man nennt es Überleben. Ach so, okay. Alle wenden sich gegeneinander. Die Angst macht die Leute verrückt. Ist mir schon aufgefallen. Ist das sicher? Darf ich da raus? Okay, wir sind da. Sie leben hier? Was soll ich sagen? Mein Butler hat gerade Urlaub. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wer weiß, wann Sie nochmal die Gelegenheit kriegen. Ja, ich bediene mich gerne. Die Frage ist nur... Ach, da hinten. Ja, ja. Legende. Gesperrt. Genau, da hinten waren die Typen gehockt. Und von Interesse. Das war der Aufzug. Ich verstecke mich schon eine Woche hier und warte auf ein Schiff. Warte auf Sie, wie es scheint. Also das sind, äh... Man sagt dazu, Chucks kennt ihr doch. Die... Oder sind so... Komische, so lederartige. Gut, wir gehen jetzt mal weiter. Gibt es hier... Ja, versteckt sich ja hier. Es kann hier recht dunkel werden. Sie sollten sich die Taschenlampe da drüben schnappen. Nehmen Sie genug Batterien mit. Taschenlampe. Aber leuchten Sie nicht mit dem Ding rum. Nicht, dass wir erwischt werden. Dann los. Äh... Ich will noch nicht los. Taschenlampe Batterien. Ja, gibt es ja sonst noch was zu holen. Alter. Cool, was hat er denn da gelesen? Da hat er ein bisschen Karten gespielt. Der Android Brain. Albert Magnus. User Manual. Die Schuhe, die haben einen höheren Absatz, als die ich kenne. Und machen die das nicht in echt aus, so mit höherem Absatz. Die machen mir Mostik aus. Vielleicht gibt es da irgendwelche... Vielleicht Ärger. Wir speichern jetzt nochmal. Ja. Normalerweise würde ich jetzt aufhören, aber ich spiele einfach weiter und mache einfach einen Schnitt, weil... Es ist besser mit der... Mit der Kamera. Also, das ist ein bisschen komisch. Wenn du die ganze Zeit abbrechen musst, dann... Dann hast du viel zu viel Arbeit, deswegen immer auf Einzug aufnehmen alles. Kannst du doch mal ein bisschen... Ich behalte ein Auge auf den Lüftungsschacht. Irgendwo hier ist noch einer. Ich habe ihn markiert, damit ich ihn nicht vergesse. Okay. Wir gehen nirgendwo hin, bis Sie nicht den Schacht gefunden haben. Okay, jetzt kriege ich es schon ein bisschen mit der Angst zu tun. Ich bin jetzt in Schacht eingegangen. Ich kriege hier noch Zustände. Okay, jetzt haben wir es auf jeden Fall einge... Ah, okay. Wir müssen also aufpassen, dass die Batterie nicht so schnell leer wird. Deshalb müssen wir sparen. So viel wie noch geht. Da dürfen wir... Müssen aufpassen. Das sind alles solche kleinen Fallen, weißt du? Wenn du da nicht aufpasst... Zack! Bist du drüber gestolpert. Und dann hast du Krach gemacht. Und dann kommen wir jetzt an. Ja.